Grundlagen sind wichtig und deshalb möchte ich Ihnen heute einiges über die Grundlagen der formalen Sprachen erklären. Beim letzten Mal hatten wir bereits darüber gesprochen, warum wir formale Sprachen in der Informatik betrachten. Diesmal soll es ein bisschen mehr in die mathematischen Details gehen. Wir werden aber sehen, es ist alles nicht sehr schwierig, sondern es geht erst mal nur um die ganz einfachsten Grundbegriffe. Mein Name ist Markus Krötzsch. Herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Videoreihe zum Thema formale Sprachen, Grammatiken und Automaten in der Informatik. Zunächst einmal möchte ich Ihnen einige ganz grundlegende Dinge erklären, nämlich den Begriff des Alphabets und des Wortes. Ein Alphabet ist letztlich genau das, was man sich darunter vorstellt. Es ist eine endliche, nicht leere Menge von Symbolen, genauso wie unser Alphabet. Und die Elemente in diesem Alphabet nennt man eben Symbole, manchmal auch Buchstaben, aber in der Mathematik eher Symbole. Meistens werden Alphabete mit Buchstaben Sigma oder Gamma dargestellt. Das werden wir auch in der Vorlesung durchgehend zur Hand haben. Und wenn wir diese Alphabete einmal definiert haben, können wir darüber beliebige Wörter bilden. Ein Wort ist nichts weiter als das, was wir in der Informatik oft als String bezeichnen würden, also eine Folge von Symbolen, eine Zeichenkette, die über einem Alphabet gebildet wird. Und in der Regel benutzen wir Buchstaben wie W oder V, um ein endliches Wort darzustellen. Wenn ich so ein endliches Wort habe, dann kann ich auch seine Länge bezeichnen. Dafür benutzen wir diese Betragsstriche. Auch das sollte sehr intuitiv sein. Brauchen wir ein Beispiel dazu? Ich habe eins hier. Es ist nicht sehr kompliziert. Ein Alphabet könnte zum Beispiel sein Sigma mit den Symbolen A und B. Über diesem Alphabet können wir die Wörter A, B, B, A oder B, B, B bilden, die die offensichtlichen Längen 4 und 3 haben. Right. Okay, so weit, so einfach. Wir können, wenn wir Wörter definiert haben, einige einfache Dinge mit ihnen tun. Vor allem wollen wir sie häufig hintereinander hängen, also konkatenieren. Das ist ebenfalls eine völlig simple und nachvollziehbare Operation, die so einfach ist, dass man sie kaum als echte mathematische Operation wahrnimmt. Sie haben hier also zwei Wörter gegeben. Eines besteht aus den Symbolen A1 bis An, das andere aus den Symbolen B1 bis Bm. Und wenn ich sie jetzt konkateniere, was ich einfach so darstelle, indem ich die beiden hintereinander schreibe, dann erhalte ich das Wort, welches die Symbole A1 bis An, gefolgt von den Symbolen B1 bis Bm, enthält. Sehr einfach. Eine Besonderheit ist das sogenannte leere Wort, was wir in der Regel mit Epsilon bezeichnen. Es ist das Wort der Länge 0. Es gibt genau ein Wort der Länge 0. Es enthält keinerlei Symbole. Man kann es über jedem Alphabet bilden. Und wir werden es oft gebrauchen. Auch hierfür habe ich simple Beispiele. Wenn Sie Wörter haben wie W das Wort Tuben und V das Wort Wachs, dann können Sie das Konkatenieren und Tubenwachs erhalten. Oder andersherum als VW die Wachstuben bilden. Außerdem ist ganz klar, wenn Sie Konkatenation mit dem leeren Wort betreiben, dann wird sich nichts dabei ändern. Das leere Wort vorher oder nachher ergibt jedes Mal wieder das Wort, mit dem Sie angefangen haben. Noch eine dritte Folie mit Grundbegriffen, bevor wir zur Definition von formalen Sprachen kommen. Und zwar geht es hier um verschiedene Fixe. Wir werden oft mit Präfixen, Suffixen oder Infixen zu tun haben. Das sind einfach Teile von Wörtern, die im Wort gefunden werden und die sehr intuitiv sein sollten. Wahrscheinlich ahnen Sie schon, was hier jeweils gemeint ist. Ein Präfix ist einfach ein Anfangsteil eines Wortes, eine Vorsilbe. Wenn Sie also ein Wort haben mit Symbolen a1 bis a n, dann können Sie ein Präfix bilden aus den Symbolen a1 bis a i, wobei i kleiner gleich n sein sollte, also bis zum Ende des Wortes reichen kann oder eben nicht. Oft werde ich gefragt, warum beginne ich hier mit 0? Was soll das? 0 kommt doch gar nicht vor. a1 bis a0 wäre ja kein sinnvolles Wort. Und in der Tat ist das so gedacht, dass ich diesen Sonderfall 0 dafür vorbehalte, dass es auch das leere Wort sein kann. Also die Idee ist, dass a1 Punkt 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 a0 einfach für das leere Wort steht und dieser Beginn mit dem Index 0 hier letztlich nur eine kurze Paula Art sein soll, darzustellen, dass Epsilon auch ein Präfix sein kann. Bei Suffixen ist genauso, nur von hinten. Das heißt, hier haben wir einen Endabschnitt, der beginnt mit einem Index a j und dann bis zum Wortende a n reicht. Hier sollte j mindestens 1 sein, also irgendwo von vorne oder etwas später beginnen. Auch hier erlaube ich wieder etwas über den eigentlichen Wertebereich hinaus zu gehen und schreibe dann a n plus 1 Punkt 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 a n für das leere Wort, was hier in dem Fall auch drin sein kann. Infix ist nichts weiter als ein Präfix von einem Suffix oder ein Suffix von einem Präfix. Auch das kann man direkt definieren, so hier als, nämlich als Anzeichenfolge von Symbolen a1, ai bis aj, wobei i kleiner gleich j sein sollte. In diesem Fall versuche ich nicht, das durch Spielereien mit den Indizes darzustellen, sondern schreibe einfach explizit dahinter, dass es auch leer sein darf. Okay, das ist also hoffentlich sehr einfach und intuitiv. Auch hier gibt es ein Beispiel dazu. Wenn Sie das Wort Staubecken haben, dann gibt es hier ein Präfix Staub, ein Suffix Ecken und ein Infix Taube und natürlich viele andere mehr. Außerdem können wir beobachten, dass das leere Wort Epsilon natürlich Präfix, Suffix und Infix von jedem anderen Wort ist. Jetzt sind wir an dem Punkt, an dem wir endlich definieren können, was eigentlich eine formale Sprache ist. Formale Sprache wird immer definiert über einem Alphabet. Wir betrachten also hier ein Alphabet Sigma und sagen jetzt eine Menge von Wörtern über Sigma ist eine formale Sprache über Sigma. Nicht mehr und nicht weniger. In den meisten Fällen in dieser Vorlesung auf jeden Fall werden wir uns nur mit formalen Sprachen beschäftigen. Wir werden also oftmals einfach Sprache sagen und das formal weglassen. Das meiste, was ich sage, ist ziemlich formal. Und auch das Über-Sigma lässt sich oft einsparen, wenn klar ist, über welches Alphabet wir sprechen oder es keine besondere Bedeutung hat in dem Zusammenhang, in dem wir gerade sind. Sprachen werden meist mit dem Buchstaben L bezeichnet, den ich hier fett drucke, um sie von anderen Mengen abzusetzen. Okay, das können wir viele, viele Beispiele uns anschauen zum Thema Sprachen. Wir könnten zum Beispiel hier eine ganz einfache, endliche Sprache definieren, die ich Ziffer nenne mit den Wörtern 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9, jeweils aus einem Symbol bestehend und offensichtlich definiert über einem Alphabet, was zumindest diese Symbole enthält. Es könnte auch mehr Symbole enthalten. Ein anderes Beispiel ist die zuvor genannte Sprache Bezeichner. Sie erinnern sich, im letzten Video hatte ich definiert Bezeichner als eine Zeichenkette, die mit einem Buchstaben beginnt, gefolgt von einer beliebig langen Folge von weiteren Buchstaben oder Ziffern. Das ist eine unendliche Sprache, so wie es typischerweise für viele Sprachen in der Informatik der Fall ist. In Programmiersprachen gibt es in der Regel keine Obergrenze für die Anzahl an variablen Namen, zum Beispiel, die Sie übergeben können. Das heißt, wir arbeiten mit unendlichen Sprachen und auch hier können Sie sehr leicht sehen, welche Wörter in dieser Sprache enthalten sind, welche Menge das letztlich ist. Eine endliche praktische Sprache ist die Sprache Alatwizia. Kurznachrichten haben eine Längenbeschränkung und ab dieser Grundlage sehen wir, dass es nur endlich viele solche Kurznachrichten geben kann. Ich kann die alle generieren. Ich glaube, es gibt Leute, die das tun. Und irgendwann hat sich das erschöpft. Und hier noch eine praktische Sprache aus der Informatik. HTML5-Dokumente sind natürlich auch eine formale Sprache. Und in dem Fall ist es ganz interessant zu fragen, über welchem Alphabet eigentlich so eine Sprache, so eine technische Sprache definiert ist. Das können Sie nachlesen. Die Spezifikation von HTML5 finden Sie im Web. Und wenn Sie da sich ein bisschen mit befassen, werden Sie sehen, dass das Alphabet in dem Fall die Menge aller Unicode-Code-Points ist. Und das ist etwas komplizierter als das, was man gemeinhin unter Buchstabe versteht. Da könnten auch Emojis drin sein, da können Zeichen anderer Sprachen drin sein. Aber wichtig ist, dass es keine Sprache ist über Bytes oder Bits. Es ist keine Sprache, die direkt auf einer Maschinenebene definiert ist, sondern es ist bereits eine Sprache, die über abstrakten Codepoints in Unicode definiert wird. Und Sie können jetzt das genau gleiche HTML5-Wort in verschiedenen Dateien abspeichern, wenn Sie unterschiedliche Encodings verwenden für Ihr Unicode. Es gibt UTF-8, UTF-16. Das wird zu unterschiedlichen Folgen von Bits und Bytes führen. Und all diese Folgen würden aber das gleiche Wort letztlich im Sinne von HTML5 kodieren. Während natürlich die Folgen selbst wiederum auch als Wörter wahrgenommen werden können über einer binären Sprache zum Beispiel, in der Sie nur die Bits 0 und 1 oder die Bytes, wenn Sie möchten, als Symbole zulassen. Das sieht man schon in der Informatik. Arbeitet man oft mit vielen Ebenen der Abstraktion. Und auch wenn wir Sprachen in der Praxis antreffen, ist es oft nicht nur eine Sprache, sondern es gibt einen ganzen Stack von Sprachen, die aufeinander aufbauen und letztlich das technisch möglich machen, was wir jeden Tag benutzen. Gut. So, jetzt können wir, nachdem wir wissen, was Sprachen sind, uns kurz überlegen, gibt es so etwas wie eine kleinste und eine größte Sprache. Die sind in der Praxis oder zumindest in der Praxis der Grundlagen und der Mathematik oft von Bedeutung. Und natürlich sehen wir, dass es so etwas gibt. Die kleinste Sprache über einem Alphabet ist immer einfach die leere Sprache, die leere Menge, welche keinerlei Wörter enthält. Wichtig an dieser Stelle ist vor allem, sich klar zu machen, dass das leere Wort und die leere Sprache zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. Insbesondere können wir eine Sprache bilden, in der nichts enthalten ist, außer das leere Wort. Und diese Sprache ist dann sicherlich nicht leer, sondern enthält eben genau ein Wort der Länge 0. Also dieser Unterschied zwischen der Menge, die das leere Wort enthält, und der leeren Menge ist konzeptionell nicht anders als der, den Sie vielleicht in der Mathematik schon gemacht haben, zwischen der Menge, die nichts enthält, und der Menge, die die leere Menge enthält. Es hat ein paar hundert Jahre gedauert, bis man das so richtig verstanden hat, dass das unterschiedliche Dinge sind. Aber wenn Sie Grundlagen der Mathematik in irgendeiner Form gehört haben, ist Ihnen das sicherlich geläufig. Die leere Sprache ist also Teilmenge jeder anderen Sprache, ist die kleinste mögliche Sprache im Verband aller Sprachen. Es gibt ebenfalls eine größte Sprache. Diese allerdings hängt davon ab, über welchem Alphabet wir arbeiten. Es ist die Sprache aller denkbaren Wörter, aller denkbaren endlichen Wörter natürlich, die man über einem bestimmten Alphabet bilden kann. Es sind unendlich viele solche Wörter, die dadurch entstehen können, weil die Länge nicht eingeschränkt wird. Und man bezeichnet sie in der Regel mit so einem kleinen Sternchen hinter dem Alphabet, Sigma-Stern, als der Ausdruck, der alle möglichen Zeichenketten über diesem Alphabet darstellt, sofern sie endlich sind. Man kann das zumindest andeuten, wie das aussieht, auch wenn ich sie nicht vollständig aufschreiben kann. Über dem Alphabet AB zum Beispiel hätte ich die Menge aller Wörter, beginnend mit den kürzeren, so skizziert, indem ich sage, es gibt Epsilon, AB, AA, AB, BA, AB, B und so weiter und so fort. Wir sehen also, wir können die systematisch aufzählen und das wird auch noch eine Bedeutung haben in einem der folgenden Videos. Genauso wie die leere Sprache die Teilmenge jeder anderen Sprache über dem Alphabet ist, ist also auch jede andere Sprache eine Teilmenge dieser größten Sprache, Sigma-Stern. Gut. Da Sprachenmengen sind, können wir natürlich verschiedene Operationen auf Ihnen durchführen. Und die wichtigsten davon habe ich mal hier auf der Folie, die sollten Sie relativ wenig überraschen. Ja, also Sie haben hier das, was Sie vielleicht erwarten würden von normalen Mengen Operationen. Also Sie haben Vereinigung, Sie haben Schnitt, Sie haben Komplement. Das ist das, was Sie auf Mengen in der Regel immer tun können. Beim Komplement ist zu beachten, dass man vorher klären muss, welche Grundmenge man verwendet, also gegenüber welcher Menge man komplementiert. In dem Fall, indem man das Alphabet festsetzt, weil ansonsten unklar ist, was genau gemeint ist, wenn man das Komplement bildet. Es gibt außer diesen drei offensichtlichen Mengenoperationen noch Operationen, die speziell für Sprachen von Bedeutung sind. Das ist zum einen das Produkt, das ist einfach die die Hintereinanderhängung von Wörtern aus zwei verschiedenen Sprachen. Sie haben also im Produkt eine Menge von Sprachwörtern, welche jeweils mit einem Wort W1 beginnen, welches aus der ersten Sprache stammt und mit einem Wort W2 enden, welches aus der zweiten Sprache stammt und sozusagen jede mögliche Kombination von zwei solchen Wörtern betrachtet. Die Potenz wird dann gebildet, indem man Produkte hintereinander hinterhängt. Der Anfang dabei ist die Sprache, die lediglich das leere Wort beinhaltet. Die schreiben wir als L hoch 0 und wenn wir jetzt höherwertige Potenzen bilden möchten, dann können wir das tun, indem wir L hoch N plus 1 auf Grundlage von L hoch N definieren. Also zum Beispiel kann ich L hoch 1 auf Grundlage von L hoch 0 definieren, indem ich einfach L noch einmal davor hänge. Wir können es auch dahinter hängen, es würde das gleiche rauskommen. Also L hoch 1 ist einfach L multipliziert mit der leeren Sprache, mit der Sprache, die das leere Wort enthält, nicht die leere Sprache. Und man sieht leicht, dass das einfach L selbst ist. L hoch 2 wäre dann die Sprache aller Wörter, die entstehen, indem man ein Wort aus L nimmt und ein beliebiges anderes Wort aus L hinten ran hängt und so weiter und so fort. Und der wichtigste Anwendungsfall oder einer der wichtigsten Anwendungsfälle der Potenz, die wir am meisten antreffen werden, ist dann das Bilden des sogenannten Clini-Abschlusses, der entsteht, indem man eine Vereinigung über alle möglichen Produkte, Potenzen bildet. Also das heißt, wir schreiben L Stern als die Vereinigung von L hoch 0 mit L hoch 1 mit L hoch 2 und so weiter. Das heißt also, L hoch Stern enthält alle endlichen Folgen von Symbolen, die entstehen, indem man Wörter aus L endlich oft hintereinander schreibt, einschließlich 0 mal. Das ist der Fall, in dem wir das leere Wort einteilen. Okay, gut. Das also die möglichen Operationen und auch dazu gibt es wieder ein paar Beispiele, denn mit diesen Operationen können wir jetzt erstmals Sprachen relativ kompakt definieren. Zum Beispiel die Sprachebezeichner, die ich schon erwähnt hatte, kann ich definieren, indem ich eine solche Gleichung hier aufschreibe. Wenn ich die endlichen Sprachen Buchstaben und Ziffer definiert habe, dann schreibe ich Bezeichner ist gleich die Menge, die ich erhalte, indem ich Buchstabe multipliziere mit dem Klinikstern über Buchstabe vereinigt mit Ziffer. Wenn Sie sich das überlegen, sehen Sie, dass das genau das ist, was wir zuvor als die Definition von Bezeichner verwenden wollten. Es gibt auch endliche Sprachen, die man so definieren kann. Hier zum Beispiel die Sprache aller Tweets, vereinfacht mal angenommen als die Nachrichten aus bis zu 140 Zeichen. Das war die gute alte Zeit bis etwa Mai 2016, als es diese Beschränkung noch gab. Inzwischen sind sie etwas länger und die Länge ist auch nicht so einfach zu berechnen, aber damals war das relativ direkt. Und das hätte ich also so darstellen können, da ich sage, die Sprache aller Tweets ist die Vereinigung von sehr vielen Potenzen, aber eben nur endlich vielen. Das kann ich so kompakt darstellen. Okay. Gut. Es gibt noch ein paar Kurzschreibweisen, die man erwähnen kann zu diesen Sprachen und die wir manchmal selbst gebrauchen, die Sie vielleicht auch manchmal in Lehrbüchern sehen und die Sie nicht verwirren sollten. Zum einen kann man den Produktoperator einsparen, wie das häufig in der Mathematik gemacht wird, indem man einfach statt L1 Kringel L2 schreibt L1, L2. Das ist manchmal einfacher und klarer, manchmal auch nicht. Es kommt ein bisschen darauf an, welche Bezeichner Sie für L1 und L2 vorher gewählt haben. Sie werden auch in manchen Lehrbüchern einen Punkt statt einen Kringel finden. Auch das sollte Sie nicht verwirren. Gängig ist es auch, den Plusoperator zu definieren. Das ist manchmal ganz praktisch. Das ist im Prinzip der Klinikstern ohne den Fall L hoch 0. Das heißt also, Wörter, die entstehen, indem man ein oder mehr Kopien eines oder ein oder mehr Wörter aus der Grundsprache L hintereinander hängt. Nicht nur derjenigerweise mit dem Lernwort Epsilon. Die Differenz zwischen zwei Sprachen ist ebenfalls indirekt ausdrückbar, genauso wie man das aus der Mengenlehre kennt. L1 ohne L2 oder abzüglich L2 ist einfach der Schnitt von L1 mit dem Komplement von L2. Genau die Wörter in L1, die nicht in L2 liegen. Man kann auch diverse Klammern einsparen. In der Regel wird angenommen, dass der Klinikstern und das Plus am stärksten binden und dass dann in der Reihenfolge das Produkt, der Schnitt, die Vereinigung und die Differenz kommen. Das kann man machen. Es kann auch manchmal Dinge vereinfachen, aber manchmal sind die Klammern auch hilfreich, um Dinge lesbarer und klarer zu gestalten, damit keine Missverständnisse auftreten. Okay. Hier wieder ein Beispiel für eine kleine Sprache, die die gültigen Ausdrücke für Dezimalzahlen in vielen praktischen Systemen zusammenfasst. Das heißt, wir haben hier eine Sprache Dezimalzahl, die gebildet wird, indem man über einer Grundsprache Z für die verschiedenen Ziffern von 0 bis 9 folgenden Ausdruck hier bildet. Wir haben zunächst Epsilon vereinigt mit einer endlichen Sprache, die Plus und Minus enthalten kann. Das ist das optionale Vorzeichen. Ich kann entweder, wenn ich Epsilon nehme, kein Vorzeichen schreiben oder eines wählen aus Plus und aus Minus. Das wird verknüpft mit dem Produkt mit einem Teil, der entweder nur die 0 darstellt, wenn ich eine 0 für sich stehen habe, oder eine Zahl, die keine 0 ist, gefolgt von weiteren Zahlen, 0 oder mehr weiteren Zahlen. beinhaltet und im Anschluss daran wiederum kann ein Kommateil, ein Nachkommateil folgen, der entweder leer ist oder mit einem Punkt beginnt, internationale Notation oder englische Notation und dann mindestens eine Ziffer enthält. Das ist also eine vollständige Beschreibung eines solchen einfachen Ausdrucks. Gut, mit diesen Operationen, die wir kennengelernt haben, gibt es eine Reihe von Rechenregeln, die wir anwenden können, die auch sehr intuitiv sind, die Sie wahrscheinlich ohnehin anwenden würden. Ich habe sie hier nochmal für Sie aufgeführt. Zum einen gibt es natürlich eine Menge Operationen, die einfach gelten, weil es hier um Mengen geht und die Sie genauso aus der Mathematik kennen und die in der Mengenlehre immer gelten. Also Schnitte sind kommutativ, es gibt ein Distributivgesetz von Vereinigungen überschnitten und von Verschnitten über Vereinigungen, das heißt, Sie dürfen diese Dinge in die Klammern reinziehen oder rausziehen, ausmultiplizieren, wenn Sie so wollen. Und es gelten auch die demorganschen Gesetze, die Sie aus der Mengenlehre und natürlich auch aus der Logik kennen. Zusätzlich zu diesen Gesetzen gibt es noch eine Reihe von weiteren Regeln, die gelten, weil wir hier mit diesen besonderen Operationen im Bereich der Sprachen zu tun haben. Also die ersten sind interessant schon mal, das sind Distributivgesetze, die mit dem Produkt zu tun haben. Also hier sehen Sie, wenn wir mal die erste Zeile zuerst anschauen, dass K gefolgt von der Vereinigung von L1 mit L2 das gleiche darstellt, wie wenn ich zunächst Wörter aus K mit L1 konkateniere und das dann vereinige mit dem, was ich erhalte, wenn ich Wörter aus K mit L2 konkateniere. Hier haben wir jetzt zwei Distributivgesetze für die gleichen zwei Operationen für Produkt und Vereinigung, nur einmal Born und einmal hinten. Wieso brauchen wir das? Bisher, wenn Sie mal die vorige Folie sich anschauen, da hatten wir das nicht. Hier sehen Sie, gibt es immer nur ein Distributivgesetz. Ich habe niemals das K hinten geschrieben. Der Grund ist natürlich ganz einfach, dass diese Operationen kommutativ sind, das heißt, man kann die Reihenfolge der Operatoren ohnehin vertauschen und man muss also nicht beide Reihenfolgen explizit aufschreiben. Das gilt beim Produkt natürlich nicht. Es macht einen Unterschied, ob Sie ein Wort vorn oder hinten anhängen und deshalb gibt es hier zwei Gesetze. Glücklicherweise gelten beide, sodass wir nicht merken müssen, welches davon richtig und welches nicht. Aber es reicht nicht, nur eines davon aufzuführen, sonst wäre es unvollständig. Interessant auch dieser rote Text hier, also während die Distributivität von Produkt und Vereinigung gilt, ist es bei Schnitten und Produkten nicht mehr so. Diese Gleichheiten wären also falsch, deshalb stehen sie hier auch nicht auf den Folien. Sie können das selbst mal heraussuchen und sich überlegen, indem Sie mal ein paar endliche Sprachen anschauen, sich überlegen, wieso sollte es so sein, dass also eine Sprache gefolgt von einem Schnitt aus zwei anderen Sprachen nicht das gleiche ist, als wenn ich erst die eine Sprache mit der ersten schneide und dann die eine Sprache mit der ersten konkateniert im Produkt und dann das Ganze schneide mit dieser Sprache konkateniert mit der Zweite. Warum sollten diese beiden Ausdrücke unterschiedlich sein? Warum gilt das Distributivgesetz nicht? Das können Sie sich an ein paar einfachen Beispielen überlegen. Schauen Sie sich ein paar englische Sprachen an, rechnen Sie mal aus, was rauskommt und Sie werden hoffentlich ein Gegenbeispiel finden, wo dieses Gesetz verletzt wäre. Und das ist vielleicht auch dann ganz intuitiv. Die anderen Fälle, die hier noch unten auf den Folien sind, sind einfach nur ein paar Regeln, die vielleicht eher von algebraischem Operationen und algebraischen Strukturen. Dann kennen Sie solche Ausdrücke hier. Auch das, was wir hier vor uns haben mit den Sprachen und dem Produkt und den Vereinigungen und Schnitten ist natürlich eine algebraische Struktur mit diesen Operationen. Und es ist interessant und bemerkenswert festzustellen, dass die Sprache, die nur das leere Wort enthält, das neutrale Element, sozusagen die eins für unser Produkt ist, was offensichtlich intuitiv sein sollte, denn wenn ich das leere Wort nach oder vor irgendeinem anderen Wort schreibe, dann ändert sich nichts. Es ist also ein neutrales Element. Die entsprechende Null ist die leere Sprache. Wenn ich also so ein Produkt bilde, was bedeutet das eigentlich? Das heißt, ich nehme irgendein Wort aus K und ich konkateniere es mit irgendeinem Wort aus der leeren Sprache. Aber die leere Sprache enthält überhaupt keine Wörter. Das heißt, ich kann auf diese Art nichts bilden und das wird immer die leere Sprache im Ergebnis liefern und deshalb ist das also sozusagen die Null unserer Multiplikation. Und hier gibt es noch zwei kleine Gesetzmäßigkeiten, die vielleicht auch ganz praktisch sind. Also der Plus-Operator lässt sich aus dem Stern, aus dem Klinischstern bilden, indem man einfach noch eine Kopie von K dahinter multipliziert oder auch davor. Das macht keinen Unterschied. Dadurch wird also aus Null oder mehr eins oder mehr und umgekehrt kann ich auch den Klinischstern aus dem Plus erhalten, indem ich einfach den Sonderfall für K hoch 0, der letztlich nur das leere Wort hinzufügt, noch durch die Vereinigung beisteuere. Und Sie sehen auch, es macht keinen Unterschied, ob K selbst das leere Wort schon enthält. Wenn ich den Klinischstern darüber bilde, wird das leere Wort der Fachcoach alles Mögliche erzählen. Die Frage ist natürlich, stimmt das überhaupt? Sind hier Fehler drauf? Es wäre nicht das erste Mal, dass auf meinen Folien Fehler sind. Sie können sich aber alles, was ich hier behauptet habe, leicht durchdenken und erkennen, für sich selbst begründen, warum das gilt. Das nennt man in der Mathematik Beweis. Der Beweis führt meistens zu Sorge und leichter Panik bei den Studierenden, weil es immer etwas kompliziert klingt. In der Praxis heißt es aber letztlich nur, dass wir uns selbst klar machen, warum etwas gelten muss und nicht etwas anders sein könnte. Häufig führt das eher zu mehr Verständnis und hoffentlich zu mehr Klarheit, als wenn man die Dinge einfach als hohle Zeichenketten auswendig lernen wollte. Ich zeige Ihnen das mal auf diesen Folien, wie so was funktionieren kann. Das hier ist ein Beweis für dieses Distributivgesetz und erfolgt einem Schema, was wir sehr oft sehen in dieser Art von Mathematik, was Sie vielleicht auch schon in der universellen Algebra in Ihren Mathe Kursen kennengelernt haben, dass wir nämlich solche Identitäten oftmals einfach dadurch beweisen können, dass wir uns die Definitionen für diese Dinge noch mal in Erinnerung rufen und sie so lange vor uns aufschreiben und auseinandernehmen bis der behauptete Fakt relativ klar ist. In dem Fall zeige ich Ihnen mal wie das geht. Wir beginnen hier mit der linken Seite K gefolgt von L1 vereinigt mit L2. Die Definition dieses Ausdrucks, dieses Produkt sagt uns, dass das einfach die Menge aller Wörter ist, die man bilden kann aus einem Wort in K und einem Wort in L1 vereinigt mit L2. Dieses Wort V stammt also aus dieser Vereinigung. Auch diese Definition kann ich jetzt wieder auseinander nehmen und das heißt ja letztlich nichts weiter als dass V entweder aus L1 stammt oder aus L2 oder aus beiden, wenn die beiden sich überschneiden, was natürlich erlaubt ist. Das heißt, hier in dieser zweiten Zeile habe ich jetzt eigentlich die Menge von Wörtern hingeschrieben, die durch diesen Ausdruck in einer kurzen Form dargestellt ist. Und wenn ich diese Menge mir jetzt so anschaue, kann ich sehen, aha, ich nehme hier also ein Wort aus L1 oder aus L2 stammt, das kann ich auch so schreiben, dass ich das als zwei getrennte Mengen auffasse, nämlich die eine Menge, die ich erhalte, indem ich Wörter aus K mit einem Wort aus L1 verbinde und die zweite Menge, die ich erhalte, wenn ich ein Wort aus K mit einem Wort aus L2 verbinde. Und wenn Sie das sich so anschauen, dann sehen Sie, dass das nichts weiter ist als die Definition dieses Ausdrucks hier und das ist genau das, was wir zeigen wollen. Und das war es schon. Also diese Art von Beweisen sind sehr, sehr häufig. Man überlegt sich einfach, was steckt eigentlich hinter der Behauptung, was ist eigentlich genau die Definition dessen, was hier angegeben wird und oftmals ist es dann schon völlig klar, wenn man das einmal ausgefallen hat. Okay, gut, damit sind wir schon am Ende dieses kurzen Videos zum Thema Grundlagen der Begrifflichkeiten im Bereich formale Sprachen. Wenn Sie Anmerkungen und Kommentare haben, können Sie sie uns gerne schicken. Sie finden die Folien im Internet und können Ihre Issues, Tippfehler etc. auch gern über GitHub liefern. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann an, wie formale Sprachen repräsentiert werden und insbesondere wie viele verschiedene Sprachen es geben kann. Vielen Dank. Tschüss.